Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wer viel unterwegs ist und trotzdem gerne gut und vor allem auch preiswert will, kommt an den Gop-Restaurants, das in der ganzen Schweiz vertreten sind, nicht vorbei. Aber auch vor und nach dem Posten lohnt sich ein Besuch in Ihrem Gop-Restaurant immer. Neben den abwechslungsreichen Spezialitäten und der Tageskarten offerieren Ihnen unsere Küchecheffe nämlich jede Woche ein Menü für unter 10 Franken. Jetzt zum Beispiel steht ein Königin-Pastetli mit Pommes frites und Erbsli für nur 7,50 Franken auf dem Programm. Mit dem Bio-Birchermüsli, einer absoluten Neuheit auf dem Gebiet, hat jetzt auch der Naturaplan-Gedanken Einzug gehalten im Gop-Restaurant. Für das Bio-Birchermüsli, Sie sehen hier übrigens die neue Wintermischung mit Bananen, Orangen und Datteln, brauchen wir ausschliesslich Zudaten aus biologischem Anbau. Wie bei allen Naturaplan-Produkten von Coop wird die Herkunft der VSBLO der Vereinigung Schweizerischer Bio-Landbauorganisationen überwacht, kontrolliert und garantiert mit dem Zeichen der Bio-Gnospe, die Sie von anderen Produkten schon kennen. Das Go-Bio-Birchermüsli garantiert biologisch. Und dafür übernehme ich jetzt Garantie, eine Kostprobe wird auch Ihnen riechen. Nach dem Rösti-Pick und dem Cocktail-Pick finden Sie jetzt in unserer Tiefkühlabteilung eine weitere Pick-Spezialität von Goldstar, die neue Pizza-Pick. Ja, ich kann dem Kommentar nur beipflichten und vielleicht noch ergänzen. Pizza-Pick von Goldstar gibt es zum Abwechslung Prosciutto, Margherita und Gonfunghi. Dinosaurier jeglicher Art sind ja im letzten Herbst im grossen Stil aus ihrem jahrmillionenlangen Schlaf verwachet und haben die Erde zurückerobert. Eine Sauriergattung möchte ich Ihnen heute aber besonders ans Herz legen. Den Dinolino, die fixfertige Kindermahlzeit aus Boulébrust. Dinolino ist hopaniert und vorgebacken, nur noch kurz auf jeder Seite erhitzen, fertig. Nicht so exotisch wie die Dinolino-Plätzchen, aber genauso schnell parat aus der Bratpfanne ist ein ganz anderes Produkt. Der Galactina-Burger aus rein biologischem Anbau mit echtem Bio-Emmentaler. Scheiben für Scheiben abschneiden, Goldgelbrötchen oder panieren und mit einer Beilage servieren. Und in wenigen Minuten ist mit dem Galactina-Burger aus rein biologischem Anbau und mit Bio-Emmentaler ein feines und vollwertiges Menü für Gross und Klein parat. Licht, naturgemäss und voll biologisch mit Knospe-Garantie. Wie immer jetzt noch hinweis auf verschiedene Aktionsangebote, die Sie bestimmt gut brauchen können. 2,5 Kilo Tragtaschen Mathilda Herr Töpfel kostet bei Gobe nur 2,90 Euro. 3 Päckchen Jakobs Kaffee Medaille d'Or, 250 Gramm, gemahlen, nur 8,70 Euro. Und 800 Gramm Gobe Fondue, nur 6,55 Euro. Ausserdem offerieren wir Ihnen das Bratpfannenset für nur 15 Franken. Und hier noch der Gobe-Preisabschlag, 500 Gramm chinesische Nudeln von Gala gibt es von jetzt an für nur noch 2 Franken. Mit diesen Aktions-Einweisen bin ich schon fast am Schluss vom heutigen Gobe-Studio. Wenn Sie morgen bei uns posten gehen, werden Sie Ihnen begegnen den knusperfeinen Fasnachtsküchchen. Lassen Sie sich verführen lassen, Sie wissen ja, die Vorfreude ist immer noch am schönsten. Auf Wiedersehen und noch einen schönen Abend.